Hilfen Kudreh spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Herz der Ampel schlägt leider nicht für Technologieoffenheit. Stichwort Kernenergie. Oder auch Stichwort, das hier heute von Frau Dr. Nestle gesagt worden ist, also dass Wasserstoff jetzt von überragendem öffentlichem Interesse sei. Eine Technologie so hoch anzuhängen, kann niemals von öffentlichem Interesse sein. Vom öffentlichen Interesse müsste es sein, das energiepolitische Zieldreieck zu beachten, nämlich eine preiswerte, sichere und umweltschonende Energieversorgung in Deutschland zu haben. Die haben wir leider nicht mehr. Richtig, wir haben eine Energiekrise. Aber diese Energiekrise fällt nicht vom Himmel, sondern ist von den Bundesregierungen hier bei uns gemacht worden. Das ist ja völlig klar. Wenn ich das Gut Energie verknappe, künstlich verknappe, indem ich die Kapazitäten runterfahre, nämlich die Kernenergie zerstören oder die Kohlekraftwerke jetzt so langsam nach und nach vom Netz nehme, dann ist völlig klar, dass wir hier höhere Preise haben. Und dann ist völlig klar, dass diejenigen dafür verantwortlich sind, die hier dieses Gut verknappen. Und ja, Klimaerwärmung. Ich habe heute auch hier am Rednerpult ständig so etwas wie Hysterie über diese Klimaerwärmung gespürt. Ja, das Klima erwärmt sich. Aber doch sicherlich dürfen wir hier dabei nicht in Hysterie verfallen und müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und wenn wir damit umgehen, dann kommen wir automatisch wieder zur Kernenergie. Das ist doch ganz logisch, liegt auf der Hand. Aber ja, so viel CO2 soll dann vielleicht doch nicht eingespart werden. So schlimm ist das dann doch nicht, dass man also die Kernenergie hier außen vor lässt. Also das ist schon irgendwo nicht ganz nachvollziehbar. Ja, und wenn hier von pragmatischen Planungsbeschleunigungen die Rede ist, pragmatisch und beschleunigter Ausbau, na ja, dann hat das auch was damit zu tun, dass hier die Rechtsstaatlichkeit dabei auf der Strecke bleibt. Also jeder Häuslebauer muss sich verantworten, wenn er hier Dinge zubaut. Aber die Großindustrie, die darf jetzt in die Vollen gehen und die darf jetzt sogar Enteignungen vornehmen, auch dann, wenn dagegen noch Einsprüche eingelegt worden sind, da dürfen die schon loslegen. Und das ist ein Abbau der Rechtsstaatlichkeit, meine Damen und Herren. Nichts anderes. Na ja, und wenn sich Herr Wirtschaftsminister Habeck hinstellt und die Kernenergie verhindern möchte und das eben ja durchaus mit Unwahrheiten begründet, nämlich dass die Sicherheitsanforderungen jetzt nicht mehr gegeben sein, dann wird er widerlegt. Oder wenn er sich hinstellt, dass wir die Brennstäbe nicht beschaffen könnten, auch dann wird er widerlegt. Schauen Sie bitte ins Handelsblatt oder schauen Sie in die bayerischen Studien zu ISA 2 oder eben zu den Experten aus dem eigenen Haus des Wirtschaftsministeriums. All die widerlegen, die bedenken, dass wir die Kernenergie hier irgendwie nicht weiterführen können. Nein, wir können sie weiterführen und wir müssen sie sogar weiterführen. Und das hat die AfD schon immer gesagt. Und ja, langsam bricht sich das auch Baden. Also ich gehe davon aus, also in fünf Jahren brauchen wir darüber nicht mehr reden. Alle um uns herum sind schon aufgewacht, wissen ganz genau, das ist die Zukunftstechnologie. Und in fünf bis zehn Jahren, wenn wir das auch wieder in Deutschland so sagen können. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Mayer spricht jetzt für die FDP-Fraktion.